nicht ohne uns über uns ist das leitmotiv bei dem projekt alles inklusive medien in der tv redaktion arbeiten menschen mit und ohne behinderung gemeinsam sie setzen sich für mehr inklusion und akzeptanz in der gesellschaft ein leichte sprache wird dabei mitgedacht die workshops des projekts sind auf die speziellen bedürfnisse der teilnehmenden zugeschnitten sie sind in alle produktionsphasen einbezogen sei es bei der planung recherche dreharbeiten postproduktion oder verbreitung der erstellten inhalte die qualitativ hochwertigen beiträge behandeln intersektionale und inklusive themen und bieten persönliche einblicke und geschichten von menschen mit behinderungen ihre kenntnisse geben die teilnehmenden weiter das projekt überwindet barrieren und fördert inklusive themen sichtbarkeit und teilhabe auf wirksame weise